Verstärkung für die Fanitärer Im April eröffnete Kultauswanderer Jens Büchner, 48, gemeinsam mit seiner Frau Daniela, 40, sein erstes eigenes Fancafé. Nachdem der Mallorca-Staat zahlreiche Geschäftsideen in den Sand gesetzt hatte, ging das Konzept diesmal auf. Das Lokal ist gut gefüllt und sorgt sogar für richtig Stress bei dem noch frisch verheirateten Paar. Doch ihre Crew bekommt nun heiß begehrte Unterstützung, denn Danielas Tochter Jelena wird sie ab sofort ganz offiziell unterstützen. B. Jepi, Jelena endlich im Fanitärer-Team. Familienbetrieb ist immer am besten, freute sich Jens am Sonntag über die guten Neuigkeiten bei Facebook und poste dazu ein Foto von sich, Daniela, Jelena und einer Bekannten. Schon zuvor hatte die älteste der fünf Kids den Neu-Gastronomen unter die Arme gegriffen, vor allem zu Hause mit den jüngeren Geschwistern. Nun aber scheint sie eine vollwertige Mitarbeiterin in der Fanitärer zu sein. Jens und Daniela wurden erst vor kurzem dafür kritisiert, dass sie ihren Kids zu viel aufbürden würden. Für ihre Teilnahme an der Reality-Show des Sommerhaus der Stars waren sie mehrere Wochen verreist. Doch tatsächlich kümmerte sich in der Zeit Danielas Mutter mit um die Spreuzlinge und auch Jens Vater half im Café mit aus. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017